Seen Kinder, was schwimmen! Heute werden wir das ganze Aquarium mit Wasser füllen und prüfen, was sinkt und was schwimmt! Juhu! Los geht's! Hehey! Wow! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht! Wow! Ich denke, das wird reichen! Die sind für euch, Leute! Füllt es mit allem, was ihr wollt und wir werden prüfen, ob es sinkt oder schwimmt! Vanya! Manja! Steffi! Dascha! Alex! Hehehe! Echa, Baby! Yuppie! Aha! Ja! Oh, Pele! Superbacke Aha Puppets Aha Puppet-Gitarre Aha Oh, was soll ich nehmen? Yo, yo Oh, I have a hunter Oh, I have a medal Yeah Cactus Ich glaube, das war's für dieses Thema Jetzt schauen wir mal, was im Kühlschrank ist Kühlschrank Schauen wir mal, was da drin ist Aha Aha Coca-Cola Schauen wir mal, ob es sinkt oder schwindet Hier drin Ich glaube sinken Tabasco Tabasco Habt ihr das schon mal probiert? So, was soll ich schaust Aha Erledigt Los geht's Hm, was soll ich nehmen? Hm Hm Hm, schönes Federmäppchen Vergrößerungsglas Wow Juppie Hm Hm Wird es trinken Oder schwimmen Erledigt Ente Aha Oh ja Play-Doh Aha Aha Ja 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 Wow Legt alles hier rein Wow Alex Wow Wow Eine Menge Dinge Mal sehen, ob sie sinken oder schwimmen Äh Manja, was meinst du, wird sinken oder schwimmen? Schwimmen Schwimmen Wow Es schwimmt Wow, diese Play-Doh-Knete Wird es sinken oder schwimmen? Es sinkt Schwimmt Es sinkt Versuchen sie jetzt, was denkst du, Manja? Es schwimmt Es sinkt Eins, zwei, drei Wow Es schwimmt Super Was denkt ihr, Leute? Manja, was denkst du? Es sinkt Es sinkt, seid ihr sicher? Es sinkt Es sinkt, natürlich Das, was denkst du? Singt das oder schwimmt das? Es schwimmt Es sinkt Es sinkt Es schwimmt Nein, nein, nein Es schwimmt Ja, es schwimmt Eine Cola Was meint ihr dazu? Es sinkt Es sinkt Es sinkt Nein, es schwimmt Nein, es schwimmt Nein, es schwimmt Es schwimmt Es schwimmt Ja Wow Es schwimmt Es schwimmt Es schwimmt Wow Ein Kaktus Oh, der ist schwer Was denkt ihr? Der ist schwer, wirklich? Es sinkt Es sinkt, es sinkt Es schwimmt Es schwimmt Es schwimmt Es hängt hier, glaube ich, fest oder sowas Und Es sinkt Es sinkt Okay, was als nächstes? Das Jogo Was denkt ihr, Leute? Es schwimmt Es schwimmt Es sinken Es schwimmt Es schwimmt Es schwimmt Es schwimmt Eine Menge Luft Dasha, was denkst du? Sinkt das oder schwimmt das? Es sinkt Es sinkt Golfwelle Es schwimmt Es schwimmt Sinken Eins, zwei, drei Es sinkt Es sinkt Hui Wow Eine Dose Eine leere Dose Warum ist sie leer? Weil jemand sie getrunken hat Sie schwimmt erst und sinkt dann Sie schwimmt erst und sinkt dann Wow Wow Ein Vergrößerungsglas Es schwimmt Es sinkt Es sinkt Es sinkt Es sinkt Ganz viele Es sinkt Es sinkt Wow Es sinkt Wow Was ist das? Das Mäppchen Es schwimmt Es schwimmt Wow Und wenn man es so untertaucht? Es sinkt Was haben wir hier? Eine Medaille von Remisty Banias 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 Ja, es ist meine Der beste Sänger in der Kirche Nein, das ist eine Medaille von Fußball Okay, was denkt ihr, Leute? Es sinkt Es sinkt Es sinkt Es sinkt Eine weitere Idee Jetzt öffnen wir alles, was wir können Okay Zuckerwatte 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 Es ist verschwunden Hau an Wow! Chips! Chips! Hat es euch gefallen? Ja! Aber ich habe noch etwas Interessantes für euch! Knisterpulver! Aber seid ruhig, hört zu! Ruhig! Hört ihr das? Ja! Es knistert! Ja! Und zu guter Letzt Jellybuff! Bereit? Ja! Eins, zwei, drei, los! Juppie! Oh! Es sieht aus und riecht wie Omas Suppe! Wow! See you on a Shrevee! Ekelhaft!